Der ist wieder am Container, pass auf, der ist wieder am Container. Guck, dass ich ihn in den Nade. No! No! No, Chat! No! 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 No way! Wasi ist jetzt am Start, ja, er geht jetzt auf den Street, jeder drückt nach dem Track-Repeat, weisch? Frippt durch aller tausend Bits hier raus, Wasi geht dann mit Ramona aus, nimmt die tausend Bits in seine Pocket und weißt, ganze Club, ich werd Rocket. Manchmal geh ich im Dunkeln spazieren, Zieh Jacke an, sonst musst du frieren, Lauf weiter rein ins Haus, Scheiße, ich muss raus, Bist du dumm oder bist du heute hier, Bist du noch hier, wir haben kurz vor vier. Ich bin Single-Tap. Ja, okay, komm, machen wir beide Single-Tap, okay? Okay, mach mal Single. Und wir rennen beide aufeinander zu jetzt. Okay. Und los. Aber ich dachte, du bist verlobt. Ich dachte, du bist nicht Single. Ey. Bin ich auch nicht. Hahaha! Ey, Nico. Du hast gedacht, ich bin, äh, in Single-Fire, gell? Aber, ich war Full-Auto! Bist du? Was weiß, was passiert, ne? Es klatscht gleich zweimal. Ich klatsch dich und du klatsch auf dem Boden. Hahaha! Das glaub ich auch nur du. Hahaha! Das Einzige, was bei dir klatscht, sind seine Titten, wenn du rennst. Hahaha! 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 Geh doch weg, ey! Was wirst du? Ich darf heute nicht mehr raus. Ich muss heute zu Hause bleiben. Hausaufgaben machen. Komm raus! Komm raus! Du müssen saufen, wie ihn. Komm jetzt! Ich muss heute zu Hause bleiben. Ich darf nicht raus. Komm nicht raus! Komm! Ich darf nicht. Ich habe Hausaufgaben zu tun. Mama hat gesagt, ich soll in mein Zimmer. Tschüss! Na, mach mal da! Hallo! Was, was wollen Sie? Lass mal an, ich sage da hier. Mach mal da ein Ding! Was willst du? Was willst du? Nein, dein Ding! Du sollst dein Ding machen. Komm raus, saufen! Ich komme nur kurz vor der Tür, okay? Okay, das ist okay. So hier, hau dir mal den, äh, hau dir mal, äh, hier, den Fireclean rein, ne? Das ist gut. Ihr wollt wirklich, dass ich das sage, oder was? Und jetzt der Whisky-Mixer mixt an der Whisky-Mix-Bar. Der Whisky-Mixer mixt an der Bi- sei denn. Was ist das? Ah! Er ist der Beat-Mixer. Ich Esteh, wie der Komper. Mein Schatz, oh! Du Arsch, du kennst mir gar nichts, du bist nur Gottes Kack. Es ist zu late, du Bulli-Jays. Es ist zu late. Es ist zu late, du Bulli-Jays. Manchmal lieg ich in mein Zimmer. Ich guck aus'm Fenster, da isch auch manchmal Winter. Ich tu mein Tränen in mein Kissen drücken. Und Knüppi sticht mir mit Hensets in mein Rücken. Es ist zu late, du Bulli-Jays. Zu late. What is love? Baby, don't hurt me. Scheiße, Digga. Aber über uns trotzdem was. Die an die Kiste dran gelegt oder sowas oder an die Leiche. Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich hab ihn, du hast ihn getroffen, auf jeden Fall. Dann muss er tot sein. Sieh von aus. Er ist tot. Oh mein Gott, das war grad, das war richtig toxic, bro. Ja, Jet, ich muss, ich muss gleich rausziehen. Und dann entweder ich treffe ihn oder ich bin tot, so. Oh mein Gott. Was denn? Warte, da liegt der Spieler an der Tanke. Warte. Wirklich? Digga, ich hab einfach Hipfeier. Hipfeier des Grauens. Hipfeier des Grauens. Das ist er, genau. Ich push ihn. Er ist laufend, der ist laufend. Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh. Ist er tot? Ist er tot? Ja. Okay. Oh. Ich werde das. Wirklich. Ich werde das. Oh. Was, habe ich dich getroffen? No way. You just need to say Kuckuck. Der kommt vor, pass auf. Oh mein Gott. So, erste Fight des Tages, shit. Da kommt noch einer. Hey, verpiss dich vom Knüppel. Also, ich habe jetzt ein Message bekommen von dem Kater des Videos, Major Rice. Major Rice, danke fürs Schneiden vom Video. Tut dich selber doch reinschneiden jetzt. Lassen Leute auch wissen, wer den Meisterwerk producen tut. Danke fürs Schauen vom Video, soll ich sagen, vom Leben her. Schreibt doch in den Kommentaren, welchen Runtab euch am besten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ja, den Text sollte ich vorlesen und jetzt verpiss dich. Nichtshot 두 Comic ist la Game. Ja, das ist kein Herz.